Ja hallo, herzlich willkommen bei Curseplay Extreme mit dem Kellerkind und am Montagmorgen mit einem Neustart. So, dann schauen wir mal. Hier müssen wir noch ein bisschen was arbeiten, aber da... Ach, der ist eh voll. Hier müssen wir den Strohverkauf wieder losschicken. Ganz wichtig, wir haben ja in der letzten Folge gesehen, da sind schon wieder 2 Millionen am Start. Range können wir auch mal kurz gucken, wenn wir hier schon stehen, ob wir den nicht wieder zum Hafen schicken können. Nee, Range ist noch... Bestpreis. Dann ist okay. Abfahrer starten. Stroh hatte ich umgestellt, ja. So, weiter geht's. Den müssen wir erstmal so losschicken. Das könnte der auf Feld 17 sein, dann können wir den ja sofort rüberfahren. Schauen wir mal eben. Ja, Feld 17. Dann schauen wir mal. Wie weit wir hier rüber müssen. Aber umso weiter, desto fortgeschrittener ist ja hier der... Ach, bis hier vorne sofort. Gut. Abfahrer einstellen. Der nächste bitte. Da bleiben wir aber jetzt nicht bei. Da müssen wir gleich nochmal beim zweiten Durchgang gucken. Wo er ist. Die müssen wir zurücksetzen, sonst... Fängst du nicht an. Du kannst ruhig ein bisschen weiter darüber kommen. Das dürfte passen. Ja. So, weiter geht's. Du hast nichts zu tun. Dich hatten wir erstmal abgestellt, weil wir wollen ja dem Unkraut hier an dem Kragen. Du bist Feld 7. Ist gedüngt. Dann schauen wir mal, wo wir dich als nächstes hinsetzen können. Wir können mal auf Feld 12 mal schauen, ob wir da zu Ende düngen können. So, du bist der zweite Abfahrer einstellen. Und auch Stroh. Und auch Stroh. Da ist er. Ach, da kommt der andere entgegen. Du müsstest jetzt sofort losfahren. Ja. Du müsstest jetzt sofort losfahren, ne? Ja. Ach, da haben wir den Drescher vorhin angestellt, der voll war. 39 auch noch jede Menge Stroh. So. Das ist mal ein Drescher, der repariert werden muss. Jetzt setzen wir schon mal rüber. Wir wollen ja erstmal alles an. Na, du kannst erstmal stehen bleiben. Ja, du kannst hier auch schon nichts mehr machen. Weil wir müssen überall spritzen. Wir fahren mal zu 33. So. Kein Kurs. Das ist schlecht. Wir sind hier auf 1. Ich glaube nicht, dass ich den schon einsortiert habe. Oder doch. 24 Meter Kurs ist das doch. Habe ich den nicht abgespeichert? Schlecht, schlecht. Kurs generieren. Wir sind hier im 1. Angefangen. Wir sind im Südosten. 24 Meter ist richtig. Kurs generieren. Zurück. Ja, das passt. Abfahre einstellen. Ne, es steht richtig. Ach, du bist leer. Okay. Dann. Habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Aber trotzdem können wir den Kurs speichern. Feld. 0,1. 0,1. 0,1. 0,1. 0,1. Dann setzen wir ihn hier nochmal drauf. Wir hatten doch noch zum Ende einen Kurs gemacht. Ich mache mal das Auge wieder an. Zur Brücke. Guck mal aus erstmal. Nordwest. Dann Nordwest zum Hof. Dann hatten wir doch Pflanzenschutz auffüllen. Und dann Hof zur Brücke Nordwest. Und jetzt brauchen wir halt Nordwest zur Brücke, zur Feld 1, hier diesen Kurs. Deswegen hatten wir den glaube ich noch nicht abgespeichert, genau. Wenn ich jetzt noch Abfahrer einstelle. Er fährt zum Auftanken. Super. Aber jetzt müssen wir den nochmal abspeichern. Feld 0,1. 24 Meter Südosten plus Auffüllen. Ah, das reicht nicht. Können wir auch lassen. Speichern. So. So, weiter geht's. Hier sind wir auf Feld 32. Alles muss muss gespritzt werden. Das gibt's doch gar nicht. Ich werde nochmal auf 23 gucken. Da hatten wir doch in der letzten Folge schon mal den ersten Teil gemacht, oder nicht? Oh, hier kann ich aber. Hier waren wir Spritzen. Ach, wenn ich abfahre ein. Ne, einlassen. Der hat wieder den Feldkurs nicht gehabt. Und den habe ich gesehen, den habe ich auch total falsch abgespeichert. Kann das sein? Ich habe den da gesehen mit 0,6 als erstes. Und nicht fällt. Das könnte der sein. Ist das der richtige? Ja. Komm, wir setzen erst mal an. Wir müssen Abfahre einstellen. Stehst du auf Spritzen? Ja. Musste wohl einen Moment arbeiten. So, jetzt sind wir gerade einmal durch. Jetzt müssen wir der Tank gerade ab. Das ist super. Was denn erst mal Strohverkauf. Hier wird Stroh angeliefert. Hier müssen wir neu entlassen. Den wieder auf die richtige Position schicken. Und ich werde mal gucken, ich werde mir vielleicht noch mal zum Pflanzenschutz was holen. Weil wir haben ja jetzt fast alle Felder. Und mit dem Ansehen jetzt auch erst mal warten. Ich komme mit dem Pflanzenschutz gar nicht hinterher. So, du kannst jetzt da anfangen. Hier kommt auch schon viel Äh, Unkraut. 36. Aber da lohnt es sich nicht einmal drüber zu gehen. So, einmal schauen. Hier war ja hier ist ja auch gedüngt. Ein Stück weiter aber noch nicht. Ob wir da vielleicht schon drüber gehen können. Den Rest machen. Ist das hier? Einmal auf die Karte. Ja, genau. Hier ist das. Wir sagen jetzt Wir sind Feld 12. Düngen. Lass uns mal die Kurse anzeichnen. Komm, ich schicke ihn hier vorne los. Dann habe ich hier zwar einen schmalen, wo nicht gedüngt ist, aber da glaube da das können wir verkraften. Abfahrer einstellen. Fährst runter, jawoll. Aber nicht zurück. Mein Fehler. So, bitte. Ach, kann ich die Linien auch mal wieder ausmachen. So, so. Hier läuft es und du hast entlassen auch nicht den richtigen Punkt. Aber mal schauen. Oh, hier vorne ist der sofort. Super. Super. Abfahrer einstellen. So, jetzt sofort abfahren. Ah, ne, wir fahren den. Entlassen den. So. Und lassen ihn nur zum Hof fahren. Wir werden die erstmal alle reparieren, entladen und dann kümmern wir uns um das ganze Unkraut und machen dann weiter. Den können wir auch erstmal an der Seite stellen oder vorziehen. Ganzes Stück. Du bist hier leer, jawoll. So, hier ist auch. Da ist überall Unkraut. Wie sagt es denn hier mit Fahrzeug einsteigen? Hier ist noch kein Unkraut. Und da drüben ist es auch schon wieder voll durchgezogen. Wir können den hier nochmal anfahren lassen mit dem normalen Helfer. Hey, 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 von nach vorwärts und klapp dich aus. Und Abmarsch. Ja, mach so gut wie du kannst. Aber am wenigsten zwei, drei Felder können wir ja machen. Er ist noch dabei. Meine vorletzte Dings. Bahn. Abfahren lassen. Löschen. Buma muss aufgetankt werden. Müssen wir mal drauf achten, welche das ist. Nicht das, der uns auf dem Feld stehen bleibt. Och, bitte. Zum Hof. Abmarsch. Ja, super. Du bist auch. Auf welchem Feld bist du denn jetzt? Du bist jetzt auf Feld 36. 36 war noch nicht voll. Aber ich weiß auch nicht, haben die das Unkraut schneller hochgesetzt? Ich habe Pflanzenwachstum langsam. Und ich kann gefühlt hier reingehen und da wird das Unkraut mehr. dann lassen wir dich auch erst mal zum Hof. Da steht ein Striegel auf dem nächsten Feld. 33, aber das ist auch schon zu weit fortgeschritten. Du führst weiter Stroh ab. Gut. Du kannst jetzt einmal entladen werden. auch schon. Und dann das ist auch schon. Ein bisschen was hinten ist, auch sofort ausnehmen. So, dann haben wir das alles. Oh, da haben wir hier eine schöne Schlange gebildet. Ja, wie gesagt, das haben wir ja schon gesehen. 24 wäre auch schon voll. Aber hatten wir 24, 46 vielleicht auch schon, aber wir können 46 mal probieren, wenn er schnell genug ist. So, schauen wir mal, dass er da drankommt. So, das sieht alles gut aus. Ach, hier ist auch wieder nicht. Das ist Feld 38. Ich weiß nicht, was mit dem Unkraut ist. Da müssen die auf jeden Fall was verändert haben. Ich kann mir nämlich nicht vorstellen, dass ich so lange gewartet habe. Hier könnte ich eigentlich noch dran sitzen. Oder ich könnte ihn einfach weiterfahren lassen, ne? Das ist auch eine Möglichkeit. Vorhin fährst du, wie gesagt, soll er weiterziehen. Wir haben gerade mal gebraucht, um das Feld anzusehen. Und dann kommt hier so ein Flickenteppich bei raus. Ich weiß nicht, also 36 ist auch schon wieder gesprungen. Hier, wieder gesprungen. Also, kann mir doch keiner sagen, das ist so wie früher. Kriege ich nicht hin, die Felder zu striegeln, bevor das nicht die zweite Stufe kommt. Und ich habe die Nacht über ausgemacht. Nein, nein, nein. Ja, kommt hier so ein Klicken. Ja, hier kann er noch machen. Und das Feld hatten wir vor zwei, drei haben wir erst mal zu Ende angesät. Hier können wir rausnehmen, abfahren lassen. So. Da müssen wir uns nochmal zwei von diesen Spritzen holen. So, Feld sechs. Ja, du kannst dann weiter Feld sieben fahren. Hilft nix. Aber da wirst du dich zwischendrin wieder auftanken müssen. Ne, der war das nicht. Der andere, der dahinter steht wahrscheinlich. Du kannst. Wird jetzt eine Riesenschlange werden, aber ich muss dem Unkraut zu Leibe rücken. Wir machen jetzt erstmal den Drescher, alles nacheinander. Ja, sonst... Ich wollte mir ja schon eine neue Spritze holen. Aber die Sachen kaputt wegzustellen und dann... operieren. Ja. Das ist ja nicht so die feine englische Art. Das geht... Schneidwerk auch ein bisschen sauber. Ja. Jawohl. 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 Okay. Ja. Da kommen wir hier rein. Ja. 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 Können wir dich nehmen. Ist ja egal, den oder den. Ja, das war's schon. Ne, du warst schon der zweite. Dann könnt ihr auch erstmal weg. Und den Taktor kann ich dann zum Händler schicken. Ne, war ich doch richtig. Abmarsch. Abmarsch. Hier ist auch alles schon zum Spritzen. Weiß nicht. Bisschen komisch. Und ich glaube er auf 38 macht kaum was weg. Dass man nicht mehr zu den Feldern springen kann. Können wir mal hier schauen. Na, da bin ich jetzt. Okay. Dann kannst du auch nochmal zu 46 schauen. Bedeutet das für... Äh, nicht zu 46. War 48. Ja, der hat sich aufge... Er füllt sich nicht auf. Ah. Ne, du kommst nämlich schon zurück. Entlassen. Du bist leer. Ja. Ja. Der füllt sich an dem Trigger nicht auf. Dann müssen wir jetzt erstmal nachschauen. Warum er das nicht tut. Zu weit weg. Ah. Aber er geht da hinten rum. Wenn er nur da nicht auffüllt, haben wir das... Nächste Problem. Hatten wir ja schon mit dem... Äh, Sämaschine für Kartoffeln. So, aber liebe Freunde. Das war's von dieser Folge. Ich hoffe es hat euch gefallen. Ihr schaltet übermorgen auch wieder ein. Hier bei Cosplay Extreme mit dem Keller Kim. Ciao, ciao.